Musik 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 8 Uhr Heißt ja bald wieder Eine Stunde hätten wir noch Nee nee das meinte ich jetzt nicht Schlaf Achso Aber nicht für mich Aber für mich Aber einen Win brauchen wir noch, dann krieg ich den Skin. Oh, das hättest du jetzt nicht sagen sollen. Wieso, wir haben doch grad einmal gewonnen mit dir. Ja, aber jetzt hast du das magische Wort, wollte ich jetzt nicht sagen, die magischen Wörter gesagt, die zum Besserverrückt führen. Oh mein Gott, laut. Schuko, hast du mitbekommen? Ach, warte, erzähl ich dir später. Oh, Geheimnisse. Nee, sonst hau ich hier noch Schleichwerbungen rein. Das wollen wir nicht. Okay. Was lachst du so? Oh, verdammt. Am besten war das eher, als Diva da in diesem Circle angefangen war. Ja, ich will das unbedingt sehen, wie das aussah. Ich kann mir das nicht vorstellen. Also aus meiner Sicht sah das ganz schön, ja. Krass aus. Ich hab gedacht, mir wird schlecht, wie ich mich da drin gedreht hab. Ja, du hast dich ja nicht gedreht. Das wär aber auch witzig. Kannst du mich mal nicht übersprayen? Was soll denn das? Höflich. Oh, die haben's in der Scher. Oh ja, super. Bapsi ist halt tot. Das wird gar nicht mal so einfach. Oh, komm schon. Dann ist es wohnen. Ah, hier sind ja tausende von diesen Turrets. Lasst mich hier wieder raus. Oh, da ist doch über uns. Oh, die haben eine Diva. Äh, nicht Diva. Sondern... May. Und May haben die auch noch. Über uns im Haus. Jetzt ist sie hinter uns. Okay. Bapsi ist gehackt. Oh, ist gut da. Oh. Pitchi, wir sind ausgesperrt. Pitchi, wir sind ausgesperrt. Vertrochen. Hahaha. Shit. Oh, scheiße. Der hat da Ulti. Oh, Misti Kack. Misti Kack. Ja, die sind gut eingespielt. May ist einfach die schrecklichste Charakter überhaupt. Momentan. Wann lassen wir heute noch McCree? Geht sowas auf den Sack momentan. Äh, okay. Ob du dich mal um May kümmern kannst? Oh, komm, schau. Überall da, wo du den Eisstrahl siehst. Okay, ich hab die Symmetra raus. Achtung, die war drüß allein. May ist gehackt. Aber ich glaube, ich schaff's nicht für eine 1 gegen sie. Nee, ich schaff ihn nicht. Sie ist... Okay, ich hab's geschafft. Okay, ich bin fort. Ja. Ich kann jetzt reingehen. Die haben keine Symmetra und keine May. Ja, mach das schon. Oh, super, Leute. Es sind drei Kämpfer. Nein. Wo ist er denn? Wow, wie hoch der geflogen ist. Irgendwo hab ich noch so'n Ding von der gehört. Ja, ja, sind alles weg. Ja? Weggemacht. Äh, Toni ist schon vorgejumped. Ich auch. Nee. Ich hab auch gleich Ult. Dann sollte das eigentlich sehr schnell vorbei sein. Okay, das hab ich schnell. Komm nicht an der Wand. Davy hat immer noch keine Ult, ne? Ah, Hilfe! Shit. Nein! Scheiße, und ich bin nicht dran. Oh, ich hab auch noch dazu geultet. Wo ist denn deine Ult hingegangen? Ja, das weiß ich auch nicht. Ach, das ist wahrscheinlich in der Graph stecken geblieben. Oh nein. Dreifach-kill. Ja, den nehm ich. Jetzt gibt es eine Abkühlung. Oh. Scheiß-Mater. Ich bin nur am sterben. Und ich weiß nicht so was. Loos! Boah! Wie hast du das denn überlebt? Wer? Äh? Schoko. Was denn? Wie hast du das denn denn grad überlebt? Aber frag nicht. Ich bin tot. Ganz, ganz mercy ist einfach, frag mich. Okay, ich muss mal meinen Charakter erstens kriegen. oh die mercy war so low Das wär so geil, wenn Wisser sagen würde, bitte beruhigen sie sich. Oh scheiße. Rein, rein, rein. Oh, oh, die Sau. Daria. Hab dich noch, hab dich noch, hab dich noch, hab dich nicht mehr. Scheiße. Okay, wir nehmen die. Komm schon rein damit, nein! Oh Gott, der Rotog wollte mich. Ey, Mel ist die Einzige, die mich bis jetzt gekillt hat. Ich hab fünf Toten leer. Einzige. Shit. Oh, Rotog. Ich bin da, Toni. Ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Kiek mal wieder abhaut, die Sau. Gestattet mir einige Korrekturen. Ja, mit nem Mercy am Hintern hast du vollkommen recht. Er kriegt ja überhaupt kein Lob hier, falls ihr ehrlich noch nicht findet. Du machst das sehr gut. Dankeschön, du bist zwar nicht mein Kind, aber dankeschön. Warte mal, da hinten ist jemand. Ist ein Spider. Er sagt aber auch nie was, dass er Heilung kriegt. Oh, 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 oh. Leid! Oh nein, die Mail kommt hoch, ich seh's doch jetzt schon. Oh, tut mir leid, Peachy. Wir haben nicht so Glück, ne? Wir könnten jetzt theoretisch eigentlich rein. Ja. Boah, ich bin runtergefroren. Fuck. Ich hab Ulti. Ich hab Fettenstrahl. Und ich werd eingefroren. Nee. 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 Ja. Ich bin schon rüber mit dir. Oh Scheiße. Oh, als ob ich nicht bei HP überlebe. Shit. Noch noch hab ich dich, noch hab ich dich Pixel. Oh, dankeschön. Aber mein Strahl ist jetzt wieder klein. Ähem. Okay. Okay. Cool. Nimm ich. Warte. Warte. Ich kann jemanden wieder überleben. Bin. Warte. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Ey, ich hab mal Spider wiederverlebt, ist ja irre. Ist ja irre. Komm, 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 komm. Komm schon, wir sind erwachsen genug. Du musst leid bleiben. Es tut mir leid, es tut mir leid. Auf Vorlagen, da muss man auch nicht bleiben. Es tut mir leid. Wir schaffen das. Oh mein Gott, wir schaffen das. Let's go. Nie dran gezweifelt. Oh verdammt, Tracer. Wir haben es echt geschafft. Ich wollte schon sagen, siehst du, da hast du deinen Spruch. Aber, ja. Ich sorg auch dafür, dass wir gewinnen. Jetzt hätten wir uns fragen können, woran hat es gelegen. Wir hatten einen Reinhard. Bei uns ist der Reinhard, ich habe es wieder erlebt. Oh Gott. Ich hab's gar nicht mitbekommen. Ja, hatten wir auch erzählt. Hey, das war doch Junkritt's Doppelkill. Aber Reinhard hat er da die ganze Zeit überlebt. Durch meine Heilung, ahem. Aber dadurch, dadurch, hatten wir halt die Verlängerung überlebt. ja ich hätte das auch nicht mehr für möglich gehalten echt gut gut dass ich echt gewechselt hat hast du sehr gut gemacht spider und noch mal so zu info ich konnte dich retten also eine kette von schönen ereignissen namens ich habe so viele beleidigungen entschuldigung ich habe jetzt von partie freibeuter bitte beruhigen sie sich wo sieht man überhaupt dass diese runde mercy spielen ja ich würde so gerne wo sieht man was ja man kann auch das ganze spiel doch irgendwie sehen dieses neue modi was hier reingeführt haben ich weiß gar nicht mehr wo das war wie jetzt ja man konnte sein ganzes match voriges match noch wieder anschauen gucken was man verbessern könnte und was ist eine coole option aber wüsste ich jetzt auch nicht wo muss man vielleicht erst mal einstellen dass das aufnimmt oder so sind automatisch auch aber ich muss da später mal gucken kannst du dann mal in die gruppe schreiben mich würde das auch interessieren ja jetzt geht's los schoko benutzt du eigentlich super jams weil ich hab's bis jetzt noch ganz aber ich beobachte dich auch nicht aktiv hört man den lüfter den ich jetzt angemacht habe hört man den nee also solange du meine lüfters nicht hörst das ja komischerweise hört man die jetzt gar nicht mehr bei dir schoko aber wenn wir dbd spielen dann ist die ganze zeit und wenn man dann mal was sagt dein ventilator ja okay bitte beruhigen sie sich ich krieg mein lolli nicht auf ich bin auch ein lolli okay hallo auch die playfunktion wir lassen es bitte jugendbrei ja ja bitte ich hab doch nichts gesagt das war ricky was habe ich denn gesagt hallo wieso ich was habe ich denn jetzt damit zu tun wieso pixel ja man sieht bestimmt auch den namen ich hab's gefunden ähm ha das sind so details über die ich nicht nachdenke vor allem in diesem moment gucken jetzt alle da rauf ja es geht karriere wie blais es geht karriere ach cool karriere sogar der sieg und die niederlage wie play wie cool dann kann man sich das noch mal anschauen ja von jedem spieler schuldigung oh mein gott wer hat ich gemobbt nein 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 also ich mobbe dich nicht dankeschön bitte bitte ich weiß das hört immer die widowerin zu viel schaden zu viel schaden ich liebe diese ne jetzt schon also wir müssen torbien ist halt irgendwie ein problem torbien und may ja may ist halt may sombra kannst du gleich deine ulti einsetzen ja klar ich glaube jetzt wäre ein guter zeitpunkt ja komm schon naja wenn du sie bald schießt naja wenn du sie bald schießt heavy ach komm schon naja ah may ist gehackt bitte alle auf sie gehen danke oh man nein weiß danke dass du drauf bist ja klar toll jetzt hast du deinen skin bekommen und jetzt schränkst du dich nicht mehr an oder wie schade ich war ne bloß raus ja naja schade aber wir sind weit gekommen am ende war das der blöde torbien und die may die das unfurchtbar die sind so lästig geworden ja als wären die irgendwie gebucht worden irgendwie sowas weil sie so wird so oft gepickt jetzt momentan in quick play ja torbien wurde gereworked und seitdem ist der ziemlich ziemlich gut ja man man ja 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 ja